Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen Tag. Schauen wir uns mal an, was der Kryptomarkt macht. Ja, einige Coins sind wieder mal gut im Plus. Cardano ist ein bisschen hochgegangen, XRP ein kleines bisschen, Solana, Polkadot ist auch ein kleines bisschen hoch. Also einige Altcoins sind leicht im Plus, wie wir sehen können. Einige etwas mehr, nachdem sie natürlich komplette Talfahrt gemacht haben. Macht das jetzt natürlich dem Butter auch nicht fett. Aber wir sehen, dass die Altcoins leicht steigen, während Bitcoin stärker fällt. Und das haben wir auch an der Dominanz erkannt. Bitcoins Dominanz ist hier auf die 45% runtergegangen. Die gesamte Marktkapitalisierung, die hält sich ein kleines bisschen unter der 1 Billionen Marke, wie wir sehen können. Mal sehen, wie weit wir noch fallen. Ich finde das interessant, dass wir hier natürlich wieder auf die 8 sind. Und Extreme 4, es ist wieder super, super rot. Das ist ein gutes Zeichen. Mich entspannt das so ein bisschen. Denn für mich war das eher so eine Phase, da hat mich mehr nervös gemacht. So, wann kommt dieser starke Fall? Wann kommt dieser starke Fall? Kommt dieser Crash jetzt oder nicht? Der Crash ist jetzt gekommen, ohne dass wir die Retracement erstmal gesehen haben. Das ist natürlich bedauerlich, dass wir jetzt keine starke Altseason gesehen haben. Aber darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Jetzt nicht auf die Altseason oder was mit den Altcoins passiert, sondern dass ich diese Retracement beim Bitcoin trotzdem noch erwarte. Aber, da sich Strukturen stark geändert haben, da sich die gesamte globale Lage sich ein bisschen verändert hat, denke ich mir mal, wird sich das bis aufs Ende des Jahres hinaus zögern. Dort haben wir auch die Weihnachtszeit wieder, die Wirtschaft wird wieder ein bisschen angekurbelt. Und ich denke mal, so wie es auch in den letzten Bullruns war, wird das diese Phase sein, wo wir nochmal einen starken Anstieg nach oben sehen können und erleben können. Und das hat sich dann einfach von dem Muster her, wie dieser Bullrun Top verlaufen ist, von den Balkenmustern komplett verändert. Aber, letztendlich glaube ich, werden wir von den Indikatoren her am Ende das Gleiche machen. Aber das schauen wir uns gleich an, Leute. Gucken wir uns mal an. Das ist schon heftig. Gestern wurden wieder mal über eine Milliarde liquidiert. Eine Milliarde und 100 Millionen an Longs und Shorts zusammen. Das ist schon heftig, Leute. Das ist schon heftig. Heute, beziehungsweise an dem heutigen Tag bis jetzt noch, wurden ungefähr ein bisschen mehr als 400 Millionen liquidiert, was auch nicht wenig ist. Also in den letzten zwei Tagen wurden 1,5 Milliarden liquidiert, Leute. Das ist schon heftig. Und wer hier jetzt reinkommt und sagt, oh, ich packe da ein 100er Hebel rein und werde hier über Nacht Millionär oder Milliardär, Leute, vergisst nicht, wie volatil dieser Markt ist. Vergisst nicht, was eben gerade in den letzten zwei, drei Tagen passiert ist. Es kann noch weiter fallen. Wir glauben, wir haben den Bottom erreicht und es fällt noch weiter. Das kann natürlich passieren. Darum passt auf mit diesen Glücksgespiele, Leute. Ich kann es immer und immer nur wiederholen. Macht so einen Müll nicht, bitte. Okay, Leute. Bevor ich jetzt auf das Video eingehe mit einigen News, was eventuell der Katalyst für diesen Crash war, liked dieses Video, wenn ihr mögt, was ihr seht, Leute. Und unterstützt diesen Channel beim Wachstum. Okay. Ich habe schon mal kurz darüber Berichte gehabt, dass Celsius, diese Landing-Plattform für DeFi, wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass wir so einen Crash haben. Denn sie haben ihre Withdrawals, das ist ihre Auszahlung und das Eincashen, erstmal ausgesetzt. Die haben ein starkes Liquiditätsproblem. Was haben sie denn gemacht? Das wird hier gut erklärt in diesem Thread von Jack Neewald. Ich wette euch diesen Thread, es geht wesentlich länger. Schaut euch das mal an. Also der hat hier einen richtig langen Thread gemacht darüber. Aber das könnt ihr euch nochmal selber angucken. Ich fand hier bei Part 3, wo er angegangen ist, da hat er es nochmal gut zusammengefasst. Also was hat Celsius letztendlich gemacht? Die haben mehrere, was heißt mehrere, über eine Milliarde an Geldern von den Kunden genommen und haben mit diesen Geldern gearbeitet. Die haben Neal Farming betrieben, die haben Landing betrieben. Und so haben sie dann mit ihrem USD-Coin, UST gekauft, also den Lunar Stable Coin, weil dort 20% versprochen worden sind. Und was ist dann passiert? Das Ganze ist gecrashed. Was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel Ethereum genommen und Ethereum Derivate eingekauft und die waren auch höchstwahrscheinlich nicht 1 zu 1 gebagged. Und die Frage, die sich dann auch gestellt ist, als jetzt diese Liquidationen alle kamen, als der Markt jetzt gecrashed ist, war wirklich 1 zu 1 gedeckt oder nicht? War es 1 zu 1 gedeckt? Vielleicht, wahrscheinlich nicht und dort haben sie jetzt auch Probleme. Darum haben sie jetzt erstmal ein Liquiditätsproblem und haben ihre Withdrawals, das ist die Auszahlung erstmal gestoppt. Heißt es, dass sie jetzt nicht mehr liquide sind, dass sie direkt insolvent sind? Das heißt es nicht, die Sache ist einfach nur, da alle ihre Gelder jetzt gerade anfangen rauszuziehen und kein Vertrauen haben, haben sie keine Liquidität mehr, um ihren Kunden die Gelder auszuzahlen. Hier wird auch noch gesagt, also es wird gesagt, dass sie noch ungefähr 400 Millionen gestaked haben bei Ethereum Beacon. Es wird gesagt, dass sie noch wahrscheinlich 400 Millionen leveraged in Maker-Protokolle haben, was kurz vor einer Liquidation stand. Und die Frage ist halt, werden sie diese Gelder irgendwann wieder rausholen können und ihren Kunden das anbieten können oder nicht? Oder werden sie jetzt Insolvenz anmelden? Er hat hier gesagt, die haben hier drei Möglichkeiten. Sie verkaufen das entweder, sie holen sich externes Funding, sie holen sich Fremdkapital oder Acquisition. Nexo hat sich schon angeboten, dass sie das Ganze kaufen wollen oder sie melden Insolvenz an und gehen bankrott. So einfach, so schnell und so leicht kann einfach ein Unternehmen als Katalyst sorgen für so einen extremen Crash, was dann Panik verursacht. Binance hat Montag auch für mehrere Stunden Bitcoin-Auszahlungen gestoppt gehabt. Aber das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert in so einer extrem volatilen Phase öfter mal, dass Exchanges die aus- oder auch die Einkäufe von bestimmten Kryptos erstmal blockieren. Und das sind halt alles Katalyst. Das sorgt halt dafür, dass die Angst größer wird und Leute dann einfach anfangen abzuhauen, aus dem Markt rauszugehen, Liquidität rausziehen. Und wenn Liquidität nicht mehr vorhanden ist, dann können solche Unternehmen wie Celsius nicht mehr ihre Glücksspiele und ihre, letztendlich agieren die ja wie Hedgefondsmanager, also ihre ganzen Spielchen spielen. Und dann haben wir riesen Crash und wer leidet darunter? Natürlich der Retail-Investor. Weil die Gelder, mit denen hier Celsius spielt, das sind ja nicht ihre eigenen Gelder. Die spielen ja mit den Geldern der Investoren. Das heißt, denen juckt das nicht. Ja, toll. Die haben sich ihre Millionen von Geldern verdient. Lief ja alles gut im Jahr 20 und 21. Da haben sie richtig gute Profite gemacht, haben ihre Millionen verdient. Ja, ey, dann schließen wir das Ganze einfach mal. Dann melden wir Insolvenz an. Gut ist, wir haben ja unsere Millionen und zig Millionen verdient. Wir haben unsere Yachten, wir haben unsere Villen, wir haben unsere teuren Autos und noch ein bisschen Cash beiseite. Wir haben ja einfach nur mit Geldern gespielt, die uns nicht gehören. Und das können dann einfach schön die Retail-Investoren dann tragen. Darum Leute, passt auf, in was ihr rein investiert, wo ihr eure Gelder rein tut. An der Stelle kann ich unseren Partner Bitwavo einfach nur empfehlen. Eure Gelder und eure Kryptos, die ihr dort einzahlt, sind auf 100.000 Euro versichert. Und darum können wir euch das nur ans Herz legen. Wenn ihr traden wollt, wenn ihr handeln wollt, dann macht das über unseren Partner Bitwavo. In jeder unserer Videobeschreibungen findet ihr einen Link dazu. Und ihr könnt da auch sogar, haben viele nachgefragt, Tether und USD-Coin könnt ihr auch staken. Ihr bekommt da APYs von 6,1%. Das ist gar nicht so schlecht, Leute. Okay, gucken wir uns mal an, was wir hier für euch haben. Schaut euch an, was der gute Brian Brooks hier sagt. Und genau das. Wir haben eine extrem volatile Phase und Brian Brooks spricht das jetzt an. Was wir auch sagen, Brad Garlinghouse hat das auch öfters erwähnt gehabt, dass wir der Meinung sind, dass 99% der Projekte einfach verschwinden werden. Ich meine, wir haben jetzt, wie viele haben wir eigentlich? Hier oben bei CoinMarketKids, wir haben über 19.000, wir haben fast 20.000 Kryptos. Was ist das? Was ist das alles? Ich kenne nur eine Handvoll stabiler Projekte, wo wirklich Unternehmen dahinter stecken, die versuchen, eine Utility auf diese Blockchains zu bringen. Der Rest ist wahrscheinlich Müll, Leute. Und was Brian Brooks hier gesagt hat, ist, dass wir endlich mal eine Säuberung jetzt sehen und dass wir in den nächsten halben Jahr bis acht Monate richtig viele Betrügerprojekte und falsche Projekte einfach aus dem Markt verschwinden sehen werden. Okay, gucken wir uns mal an, was wir gemacht haben, Leute. Ich habe euch diesen Chart gezeigt gehabt. Das ist der 21er monatliche Durchschnittspreis. Das ist der 44er monatliche Durchschnittspreis. Und der hat uns in der Vergangenheit immer wieder den Button gezeigt, wo wir jetzt sind. Wenn wir einmal rüber wechseln zum Chart von CoinPaprika, dann kennt ihr meine Raupenformation hier schon. Das waren immer wieder die Burans. Und die Raupe hier, die geht auf der 21er monatlichen Durchschnittspreis entlang und hat den Buran top gebildet. In dem Moment, wo wir die 21er nach unten gekreuzt haben, haben wir eigentlich immer wieder den Tiefpunkt mit einem Backtest gehabt. Das gleiche beim 2017er Buran. Unsere Raupe neigt sich jetzt ein bisschen mehr, geht mehr in die liegende Position. Es ist jetzt nicht mehr so steil geworden, weil wir halt wesentlich höhere Höhen in den Preisen erreicht haben. Und schaut mal an, in dem Moment, wo wir hier die 21er monatlichen Durchschnittspreise gekreuzt haben, haben wir hier wieder einen Tiefpunkt gebildet gehabt. Später bei der Corona-Phase mit einem Backtest dieser Tiefpunkte, die allerdings nicht so tief gegangen ist. Der Buran hatte neu gestartet. Unsere Raupe ist jetzt wieder mehr in die Horizontale gegangen. Und schaut mal, den Balken habe ich jetzt hier reingemacht, weil CoinPaprika leider nicht die aktuellen Daten zieht. Aber der aktuelle Kurs ist hier unten irgendwo. Wir waren im tiefsten Bereich irgendwo bei 21.000 und 200 und noch was. Okay, wenn ich hier jetzt den 44er mit reinnehme, dann schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Wir sind hier unter die 44er gerade. Wann haben wir das letzte Mal sowas gehabt? Wir sind ein kleines bisschen unter die 44er gedippt, als wir den Kryptowinter-Tiefpunkt nach dem 2017er Buran hatten. Bei der Corona-Phase sind wir auch nochmal ein bisschen stärker runtergedippt. Wann haben wir das nochmal gehabt? Nach dem 2013er Buran, wo wir hier den Tiefpunkt im Kryptowinter erreicht haben. Nachdem wir die 21er gekreuzt haben, haben wir hier die 44er auch nach unten gekreuzt und den Tiefpunkt hier gebildet. Und genau dort befinden wir uns jetzt. Das war der erste Target, den wir uns gesetzt haben, wo wir gesagt haben, das kann der erste Tiefpunkt des Burans sein. Und jetzt haben wir wirklich vieles am positiven Feedback bekommen von vielen von euch. Danke erstmal dafür, weil viele haben gesagt, wir wünschten, wir hätten euren Channel früher gefunden. Das tut mir natürlich leid, dass es so ist. Aber hey, solange du nicht verkaufst, hast du kein Minus realisiert. Das Ganze wird sich auch irgendwann wieder drehen, egal wie negativ das aussieht. Und wir haben so vielen von euch, so vielen von euch gesagt, dass der Buran in dieser Phase hier noch nicht durch ist, dass wir noch einen stärkeren Run erreichen. Wir haben ja keine Ahnung, hier wurden wir ausgelacht an der Stelle. Was ist passiert? Wir haben einen neuen Höhepunkt gebildet. Hier haben wir gesagt, das war's. Wir werden wahrscheinlich nicht höher gehen als das, dass es wahrscheinlich die Grenze war. Wir wurden ausgelacht, das Ding wird auf 100.000 gehen. Okay, in dieser Phase hat man uns schon gesagt, ja Mensch, das ist doch jetzt schon der Tiefpunkt. Das ist nie wieder so wie früher. Man kann sich die Vergangenheit nicht angucken. Das wird sich nicht wiederholen. Bitcoin wird niemals unter 60% oder 50% fallen. Das war hier das letzte Mal. Ach, echt jetzt? Ratet mal, wie tief wir jetzt gefallen sind, Leute. Ratet mal. Wollen wir uns das mal angucken mit den aktuellen Daten? Gucken wir uns das mal an. Wie tief sind wir denn nach unten gegangen? Erinnert ihr euch, wo ich gesagt habe, wenn wir nicht mehr 80% runtergehen, dann werden wir mindestens 70% runtergehen. Was haben sie nicht alle gelacht? Wie weit sind wir jetzt runtergegangen? 69,47%. Also wir sind fast 70% runtergegangen. Ich zähle mal genau von oben, dort Ansatz bis zum Ansatz. Ja, 69,5%. Wir sind fast 70% runter. Und ich bin der Meinung, das war noch nicht der absolute Bottom. Ich bin der Meinung, das wird noch weiterfallen. Versteht ihr jetzt? Ich glaube, einige, einige verstehen jetzt endlich, was wir ihnen versucht haben zu erklären. Dass es keinen Unterschied macht, ob jetzt neue Institutionelle da sind, ob sich alles verändert hat oder nicht. Die Vergangenheit wiederholt sich und wiederholt sich immer und immer wieder. Und merkt euch diesen Moment, Leute. Wir werden wahrscheinlich noch weiterfallen als das. Ich erwarte noch einen Retrace und noch einen weiteren Fall. Das gucken wir uns gleich an, das Szenario. Aber die, die jetzt dabei sind, neu sind, die alten Veteranen, die werden das wahrscheinlich schon wissen. Aber im nächsten Bullrun werden wir all die gleichen Argumente, wie wir jetzt haben. Der Markt kann niemals so stark fallen. Das wird nie wieder passieren. Das war das letzte Mal. All diese ganzen Sachen werden sich wiederholen und wiederholen und wiederholen, Leute. Okay. Ja. Wir sind 70% gefallen. Wir haben gesagt, wir werden ungefähr, wenn nicht 80, dann 70% fallen. Und das ist passiert. Wir halten uns jetzt hier auf, auf der 44er. Wenn wir uns einmal kurz den Weekly Chart angucken. Alexio Rastani hat hier gezeigt gehabt, dass wir die 200er auch nach unten gebrochen haben. und die hat uns auch die 200er Moving Average nach dem 2017er Bullrun auch den Tiefpunkt hier gezeigt gehabt. Hier in der Corona-Phase sind wir auch eingesackt. Und den haben wir jetzt auch gebrochen. Das heißt, wir haben beim Weekly die 200er nach unten gebrochen. Wir haben im Monthly die 44er nach unten gebrochen, die uns immer und immer wieder den Tiefpunkt hier vorhergesagt hat. Frage ist jetzt, wie tief fallen wir? War das jetzt aktuell der Bottom eventuell? Und wir werden wieder einen Anstieg nach oben sehen. Gucken wir uns das mal an. Wir sind hier mit Bitcoin in die Bereiche, erinnert ihr euch den Balken, den ich gesetzt habe? Bei 17.000 und bei der 22.800 ungefähr, wo ich gesagt habe, dass ich erwarte, dass wir erstmal hier ab sinken. Und das wird erstmal der aktuelle Bottom sein. Ob wir dann noch weitergehen, das kann natürlich sein. Da haben wir uns gesagt, hier zwischen der 13.000 und der ungefähr 10.000er Marke sehen wir dann den Worst Case, wenn das passieren sollte. Aber ja, schaut mal an. Wir sind da eingetaucht. Gucken wir uns mal an, was die Fibonacci EMA Ribbons machen. Wir haben hier auch eine Formation, so wie wir sie immer hatten in der Vergangenheit, wo wir einen Tiefpunkt gebildet haben. Schaut euch das mal an. Wenn wir eine Formation haben, wo wir die 233er, 144er in weiß, in blau, die 89er in grün, die 55er in gelb, die 34er in orange, die 21er und in rot, hier die 13er Fibonacci EMA Ribbons, in dieser Formation hier sortiert haben, haben wir oftmals den Boden eines Bärenmarktes erreicht, beziehungsweise eines Krypto-Winters. Und schauen wir uns das mal an. Wann haben wir das das letzte Mal gehabt? Genau hier in dieser Phase. Ich habe es euch schon öfter mal präsentiert gehabt, die länger bei uns auf dem Channel sind, und die wissen das. So, dort haben wir mit der 144er die 233er gebrochen und von hier aus haben wir dann genau diese Formation gehabt, bis wir hier ausgebrochen sind wieder an dieser Stelle. Und schaut mal an, hier die gleiche Formation. Nur an der Stelle, wo wir den Boden gebildet haben, haben wir so eine ähnliche Formation gehabt. Später hier auch kurz in der Corona-Phase, wo wir den Backtest des Tiefpunktes hier hatten und nicht ganz weit runtergegangen sind. Dort haben wir die gleiche Formation gehabt. Und wann haben wir das noch einmal gehabt? Schauen wir uns das mal an. So, in dieser Phase hier. Das heißt, in der Vergangenheit haben wir ungefähr dreimal Corona-Phase ein bisschen künstlicher produziert, aber nichtsdestotrotz, es ist passiert, wir haben in der Vergangenheit dreimal solche Formationen gesehen. Und das ist Bitcoin im Daily Chart, nicht im Monthly. Und genau diese Formation, die bildet sich jetzt. Wir haben exakt diese Formation. Und wir sind in den Bereichen, wo wir erwartet haben, also in dem ersten Target-Bereich bei Bitcoin. Wir haben die Retracement zu der 70,2, 78,6 oder Golden Ratio nicht gesehen, aber, jetzt kommt das große Aber, schauen wir uns das mal eben kurz an. Das ist das, was ich euch schon mal gezeigt habe. Ich habe euch auch schon das Szenario gezeigt gehabt, dass das hier eventuell die dritte Wave sein kann und wir hier eine Flat-seitliche Correction sehen und es dann wieder zur Wave 5 gehen kann, weiter höher. Aber ich habe euch gesagt, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das war der Höhepunkt des Bullruns, darum habe ich das so gelassen, wie es ist und die Spitze hier als dritte Wave genommen. Gucken wir uns das mal an. Wenn das jetzt die A-Correctur sein sollte und schaut euch das mal an, wo sind wir da reingekommen? Wir sind mit der A-Correctur genau in den Target 1, den habe ich hier als Target 1 markiert, habe reingekommen. Dann erwarten wir eine B-Correctur beziehungsweise eine B-Bewegung nach oben und das wären dann die Bereiche, die ich hier neu angepasst habe von dem Golden Ratio von 70,2 und 78,6 Fibonacci Tracements. Wenn wir das hier als Tiefpunkt nehmen, da seht ihr das. Das ist hier der Golden Ratio mit 61,8 Fibonacci Tracements von 70,2 und die obere Linie ist die 78,6. Und meiner Meinung nach wird sich das hier genauso abspielen, wie es auch in Vergangenheit war, wenn wir in Mitte des Jahres eine Rallye gesehen haben mit einem starken Fall und daraufhin dann bis zum Ende des Jahres noch eine Rallye nach oben gesehen haben. Und ich denke mal, in dieser Phase werden wir dann eine starke Wende sehen. Bitcoin-Dominance wird von hier aus dann wieder extrem nachlassen. Wir werden eine Korrektur haben und ich glaube, wir werden hier ungefähr auf die 17.000 dann runterfallen. Worst Case ist, wenn die 17 brechen sollte, hier Target 2 habe ich geschrieben, hier Worst Case. Das wäre dann genau dieser Bereich, wenn ich den hier einmal in die Länge ziehe, dann seht ihr auch, welcher das ist. Top wäre hier dieser Bereich hier, Bottom meines Erachtens nach wäre dieser Bereich, den wir hier dreimal angetestet haben mit der Spitze, wo wir hier extrem starke Resistance hatten, auch nach der Corona-Korrektur, bis wir dann durchgebrochen sind. Ich denke, das wird dann the Honey Zone sein, nachdem wir die 17.000 gebrochen haben. Sollte die 17.000 erhalten, wäre das der erste Target. Und wenn die Strukturen so bleiben, wie sie jetzt sind, macht es auch Sinn, denn bei so einer Korrektur ist die C-Wave, bei so einer Zigzag-Korrektur nach unten, ist die C-Wave oftmals genauso lang wie die A-Wave. Darum bin ich da unten auf die 17.000 Marke nochmal gekommen. Ich ziehe die mal einmal lang, das wäre die A-Wave. Wenn wir die A-Wave nehmen, und bei der B-Wave da oben überlappen würden, wo kommen wir dann ungefähr hin? Ja, da kommen wir hier ungefähr auf die 17.000er Bereiche. Sollten wir hier auf den Golden Ratio gekommen sein, dann landen wir etwas tiefer, wie wir sehen können. Dann landen wir hier irgendwo bei der 15.000er Bereiche. Sollten wir die 78,6 da oben antesten, dann landen wir hier ein bisschen oberhalb der 17.000er Marke, fast bei der 18.000er Marke. und sollten wir da irgendwo in der Mitte sein, die 70,2 antesten, dann befinden wir uns hier genau bei der 17.000er. Fast, fast 17.000er. Darum denke ich mir, ist das das Szenario, was ich persönlich erwarte? Heißt es jetzt, Leute, heißt es jetzt, dass das kein schlechter Zeitpunkt vom Einkauf ist? Nein, das heißt es nicht. Ich halte diesen Punkt, wo wir uns hier gerade befinden, einen sehr, sehr schönen Einkauf. Denn ich betrachte den Markt oftmals von einer Perspektive, wenn ich Einkäufe tätigen möchte, wie lange werde ich im Minus halten müssen, wenn der nächste Bullrun beginnt? Und ich glaube, viele, viele Altcoins, die man jetzt einkaufen kann, die werden, auch wenn sie fallen werden, ich bin der Meinung, sie werden nochmal fallen. Sollte sich das wirklich ergeben, so wie wir das hier erwarten, dass wir bis zum Ende des Jahres nochmal einen Anstieg sehen und das dann wieder fällt, dann erwarte ich, dass wir noch tiefer fallen, als wir jetzt gefallen sind, mit Bitcoin und mit den Altcoins. Allerdings wäre das trotzdem kein schlechter Einkaufs-Moment gewesen. Denn wenn der nächste Bullrun kommt, wir werden wahrscheinlich weiter seitlich fliegen, bis der nächste Bullrun kommt, aber wenn der nächste Bullrun kommt, sind wir direkt am Anfang des Bullruns wieder sehr, sehr stark im Plus. Darum macht es mir dann nichts, wenn ich jetzt hier irgendwo schon einige Altcoins einkaufe, wir dann genauso eine Bewegung machen, A, B und C und der C-Lag führt uns dann noch ein bisschen weiter, als wir jetzt sind, dann habe ich kein Problem damit. Das ist aber eine Sache, die ist höchst spekulativ. Kann das sein, dass das jetzt der absolute Bottom war? Dass wir jetzt erstmal bis zum nächsten Bullrun Top nie wieder so weit sinken wie jetzt? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Darum dürfen wir nicht den absoluten Tiefpunkt jagen, Leute. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und darum, jeder, der jetzt einkaufen möchte und mich fragen würde, ist das ein guter Moment einzukaufen? Ich darf natürlich keine Finanzberatung geben, aber ich würde darauf antworten, ich persönlich würde jetzt schon hier mit einem kleinen Teil meines Budgets einsteigen. In diesem Sinne, das ist das, was wir erwarten heute. Und ist das jetzt ein schlechter Einkaufspunkt? Nein, ist es nicht. Verstehen jetzt sehr, sehr viele langsam, warum wir gesagt haben, dass das kein guter Moment ist einzukaufen, dass das kein guter Moment war, noch einzukaufen, weil wir erwarten, dass das und das hier noch irgendwann passieren wird. Haben jetzt einige begriffen, haben jetzt einige begriffen, warum wir das sagen? Was haben wir nicht für Kritik geerntet? Oh, ihr treibt eure Community in Minus, warum sollen sie jetzt nicht einkaufen? Wenn wir hier auf 100.000 gehen, werden die erst anfangen, weiter oben einzukaufen? Das war das absolute Tief. Ich glaube, die, die auf uns gehört haben, die freuen sich, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie hier in der Phase nicht eingekauft haben. Und ich glaube, sehr, sehr viele haben jetzt auch verstanden, warum wir sagen, wir kaufen nicht in einem Bullrun ein. Denn das hier war immer noch Teil eines Bullruns. Obwohl wir uns unseres Erz nach von diesem Bereich hier aus schon im Bärenmarkt befunden haben. Aber das war halt für uns nicht das Tief. So, gucken wir uns mal an, was die Bitcoin Dominanz macht. Schauen wir uns das mal an, Leute. Wir haben hier einen Fall in der Bitcoin Dominanz gehabt. Warum? Ihr habt es ja gesehen. Outcoins steigen ein bisschen, während Bitcoin gut gefallen ist. Wir haben aber die Formation hier auch beinahe gebildet. Die 144er bricht langsam in Richtung 233er Marke. Gucken wir mal, sie bricht auf, wollte ich sagen, bricht auf in Richtung 233er Marke. Aber gut, werden wir sehen, wie es dann weiter verläuft in naher Zukunft. Tether hat hier ein All-Time High in der Dominanz erreicht. Schaut euch das mal an. Und das ist immer wieder das Gleiche. Tether ist immer ein guter Indikator dafür. Genauso wie bei Öl, sei es wenn ihr euch Crude Oil anguckt oder sei es wenn ihr Brand Oil anguckt, schaut euch mal an wie die gestiegen sind. Die beiden hier sind sehr sehr gute Indikatoren dafür auch wenn der US-Dollar fällt oder steigt. Immer dann wenn der US-Dollar Index extrem steigt gehen die Ölpreise auch schön mit nach oben. Meistens sichert sich Smart Money durch hohe Inflation auf dem Markt mit Gold ab, mit Silber ab. Das können wir auch sehen. Auch wenn Gold jetzt gefallen ist, schaut euch das mal an, wir befinden uns hier trotzdem in ziemlich starken Höhen. Wir sind jetzt nicht hier eingesackt bis hier unten irgendwo. Wir sind immer noch in gute hohe Bereiche bei Gold. Das heißt, Investoren sind da noch nicht bereit zu sagen, die Wirtschaft sieht jetzt nicht so toll aus, wir verkaufen jetzt unser Gold, sie wollen sich mit Gold absichern. Was macht der Nikkei? Nikkei ist zwar negativ gestartet, aber nicht so schlimm wie der Dow Jones oder der DAX. Ist hier negativ gestartet, ist jetzt ein kleines bisschen nach oben gegangen, aber natürlich hat er hier ziemlich viel nachgelassen. Das ist jetzt nicht so, dass das positiv aussieht. Der DAX hat auch extrem negativ begonnen. Schauen wir uns das mal an. Wir sind hier, wir haben den Tiefpunkt hier angetestet gehabt, sind zu machen. Der Dow Jones hat hier auch seinen letzten Bereich gebrochen. Der S&P 500 ist auch in die grüne Zone gegangen, das habe ich euch mal eingezeichnet, wo ich erwarte, wo wir hingehen, sollte dieser Level gebrochen sein. Wir sind kurz davor, diesen Bereich hier anzutesten. Mal sehen, ob der hält. Das hier ist halt schrecklich. Wir haben oft, wenn wir die 78,6 Fibonacci Trace mit Antesten Reversal oder wir brechen durch. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe echt gedacht, das wäre es jetzt. Wir knicken wieder ein. Die Börse schießt nach oben, Kryptos schießen nach oben. Aber nein, solange der US-Dollar-Index hoch geht, Leute, wird sich hier in der Börse bei den Rohstoffen und wird sich auch bei Bitcoin und Kryptos nicht viel tun. Darum das ist schon ein Pullback hin. Das kann aber nicht lange gut gehen. Ihr wisst ganz genau, was für eine riesen Blase das ist, die sich hier bei US-Dollar bildet. Gucken wir uns nochmal die zweitgrößte Kryptowährung an. Was hat Ethereum hier gemacht? Hat auch gut Strukturen gebrochen. Wir sind hier durch diese Support Linie, die ich hier gesetzt habe, einmal runter rasselt. Die nächste, klar hätte ich mir jetzt hier noch eine setzen können und dort noch eine setzen können und sagen können, wir befinden uns nicht weit, aber der nächste signifikant ist dieser hier. Sollten wir den brechen, dann sieht das erstmal nach einer richtig starken Talfahrt nach unten aus. Der sollte schon halten. Wir befinden uns aber weit darüber. Auch kein schönes Zeichen zu sehen, dass die zweitstärkste Kryptowährung hier so stark nachgelassen hat. Aber abwarten. Wollen wir mal sehen, was die Woche uns noch so bringt, was jetzt in dem Markt passieren wird. Wir sind schon in die 20.000 Bereiche hier bei Bitstamp reingegangen. Wir waren bei 20.800 halten uns jetzt gerade noch bei der 21.800 Marke. Wollen wir mal sehen, in welche Richtung es geht, Leute. Wollen wir mal sehen. Entspannt bleiben. Und wie gesagt, für einige Altcoins ist das gar kein so schlechter Zeitpunkt einzukaufen. Und jeder, der auch gerne Bitcoin einkaufen möchte, ich glaube nicht, dass es hier eine sehr schlechte Einkaufsmöglichkeit ist. Und gehen wir mal davon aus, Worst Case, wie wir hier eingezeichnet haben, geht auf. Es passiert genauso, wie wir uns das geplant haben für die Zukunft, für dieses Jahr ungefähr, dass Strukturen jetzt doch anders sind. Erwartet, wir hier jetzt ein Retracement haben und dann komplett einsacken, so ist es noch nicht gekommen. Strukturen haben sich jetzt auf einmal wieder geändert. Wir glauben jetzt, dass es sich einfach in die Länge gezogen hat. Das, was wir erwarten, zwar immer noch kommen wird, nur dass sich das ein kleines bisschen in die Länge zieht. Das ist der einzige Faktor, wo wir den Fehler gemacht haben, Zeit. Aber das haben wir auch gelernt, Zeit ist extrem schwer zu prediken, Leute. Darum setze ich immer noch auf so einen Verlauf bei Bitcoin. Ich glaube immer noch, dass dieser Retracement bis zum Ende des Jahres kommen wird. Aber gut, schauen wir mal. Es kann sich alles noch mal extrem stark verändern. Wir können viele, viele Sachen nicht vorhersehen. Meines Erachtens nach liegt sehr, sehr viel an China, Leute. Wenn China die Pforten endlich wieder öffnet, wenn die Wirtschaft noch einmal so richtig schön angekurbelt wird, durch China bin ich der Meinung, dass es global wieder einen schönen Aufschwung in der Wirtschaft sorgen kann. Und wir die letzte Rally nach oben sehen, sowohl bevor dieser starke Einbruch kommt. Und das kann natürlich am Ende des Jahres passieren, so wie es in der Vergangenheit schon so oft war. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out.